OAAD.de, one every day keeps the doctor away. Oder höher in der Bekäufe 89 Cent bis 6,49 Euro pro Artikel und bei 26.669 Gesamtbewertung eine Durchschnittsternbewertung von 4,5 von 5 Sternen. Nebi ist ein Film-Photo-Editor based on Real Film Filters. Eine Fotobearbeitungs-App, ihr ladet Bilder runter und könnt verschiedene Filter aussuchen. Einige sind gratis dabei, für andere müsst ihr Geld einwerfen, zum Beispiel irgendwie 99 Cent für ein Filter-Package oder so. 20er Jahre Retro-Effekt, 90er Jahre und so weiter und so fort. Ihr kennt das von anderen Apps. Die Bedienung erinnert sehr an ViscoCam und wenn man zum Beispiel bei ViscoCam schon ist oder vielleicht da sogar das Abo hat oder sich da alle Filter gekauft hat, dann besteht kein wirklicher Bedarf, Nebi runterzuladen. Seid ihr nicht bei Visco? Sucht ihr eine schöne App oder ist vielleicht ein Filter dabei bei Nebi, der euch halt sehr reizt? Naja, dann werft ihr halt da Geld ein. Abo gibt es da soweit, ich weiß nicht. Ihr müsst tatsächlich, oder Gott sei Dank, alle Filter-Packages separat kaufen, was mir sehr gut gefällt. Und insgesamt eine schöne App, kann man nicht anders sagen. Und Direct Sharing zu Instagram, Twitter, Facebook, Tumblr und Google Plus wird tatsächlich auch noch unterstützt. Google Plus gibt es doch gar nicht mehr. Doch für Firmenaccounts oder irgendwie so. Ist ja auch egal. Nebi Filmphoto. Ich sage vielen Dank fürs Hören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich auch selbstverständlich. Ciao und bye bye. Das war One App A Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info.oaad.de, facebook.com slash oneappatag, gplus.eu slash oneappatag oder eine Ad-Menschen an twitter.com slash oneappatag.